Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf der Abgangsseite soll ja Amin Arid im besten Falle noch unseren Verein verlassen und natürlich auch so schnell wie es geht und es kommt erneut Bewegung in einen möglichen Transfer. Denn gestern war ja Blau-Weiße-Nacht im Trainingslager, Amin Arid war da schon nicht mehr mit dabei, denn er verließ das Trainingslager, wie auch Schalke selber schon bekannt gegeben hat um mit einem neuen Verein zu verhandeln. Natürlich ist auch jetzt da wieder die Frage, ist der Deal wirklich schon so weit, dass es nur noch ein paar Kleinigkeiten gibt, die verhandelt werden müssen oder geht es generell erstmal um ganz normale Transferverhandlungen, die dann vielleicht noch ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen andauern. Ich denke mal, das ist erstmal schwer zu beantworten, aber normalerweise reißt ja ein Spieler nicht ohne Grund aus dem Trainingslager ab, dann müsste ja schon deutlich mehr dran sein. Zudem gibt es auch News, zu welchem Verein es gehen könnte, denn drei Klubs sind wohl noch im Rennen, besser gesagt drei Klubs stehen zur Auswahl, die es jetzt eben sein werden. Galatasaray, Trabzonspor und der FC Sevilla. Sprich, am Ende könnte es nach Spanien gehen oder in die Türkei, so zumindest die neuesten Medienberichte. Ich denke mal, für uns selber ist das erstmal unerheblich. Am Ende geht es darum, dass im besten Fall eine sehr, sehr gute Ablösesumme bei rumkommt. Wer ihn am ehesten zahlen kann, ist schwer einzuschätzen. Wo es am ehesten hingeht, genauso wenig. Aber zumindest gibt es wieder Bewegung bei einem möglichen Deal mit Amin Arid. Und wie gesagt, was klar ist, er hat das Trainingslager verlassen. Es gibt Transfergespräch mit einem anderen Verein und möglicherweise werden die dann auch zu einem Ende kommen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker.